Ich brauche Glas, das faul Sand zu besuchen. Such den Pop. Titon. Such jetzt das richtige Popgefühl auf www.popmich.com Nee, lass mal. Um verkackt zu sein. Um verkacken, du darfst mir. So. So. Ein für ne, so. Einfach nur, nie. Na so. Sieht aus wie Eisenblöcke. So ein Pop. Wissen wir nicht verarschen. Ah ja, wir nehmen hier zwei Folgen aus. 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 Ja, wir nehmen sie aus. Hast du ein Popiges Gefühl in der Hose? Dann komm jetzt zu meinen Kühen in den Stall. Die waren drauf. Das denke ich mir. Ich brauche Chicken. Wuhuuu. Chicken, 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 chicken. Chicken mit einer Hose. Ach, die haben wieder Pop Lust. Pop. Pop. Gepoppt wird gepoppt. Es wird richtig gepoppt. Hier geht's aber so. Was voranzervation. Propiges Gefühl haben diese... Ich mach mir mal einen Zaun und dann mach ich so, 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 so. So ein Ding. So, 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 so ein Ding So ein Ding wo man die Level abkrabbeln kann. Card. Für die Nummer Zaun. Das war doch Sorg. 2 Reich. Da�� leider nee. Alter, dein Mikro eskaliert. Ich höre, warum? Hm, das hat eine Marke. Es hat eine richtige Marke. Naja, ist aber egal. Solange du ein Mikro hast, ist es so wie letztes Mal. Ich habe kein Mikro. Heißt nicht mehr? Doch. Ich verleihe dir jetzt das richtige Baubgefühl. Hoffentlich nicht. Oh, verpiss dich. Hier muss ein Zaun. Ob das Ding. Pop-Casting. Wer ist denn das eigentlich? Was ist denn das eigentlich? Pflastersteine. Das ist normal. So, sollte er jetzt zu weit reichen. Sollte. Sollte. Jetzt kann ich natürlich eine Zaun einsetzen. Geht doch. Jetzt hier noch. Geh da hin. Ich muss einen Zaun reinmachen. Du auch. Du auch. Alter. Scheiße. Alter. Ich habe eine Kuh getötet. Ich bin so richtig doll. Geh da weg, Mann, du. Scheiße. Ey, da war jetzt keiner drauf. Ey, da war jetzt keiner drauf. Ah, ich habe sie nicht. Wuuu. So. Jetzt kann ich hier aufmachen, 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 hier aufmachen. Geh da vorne, wir gehen. Leu. Und ich lasse mich jetzt nicht verarschen. So. Hier ist meine Pop-Aktion. Sieht zwar scheiße aus, ist mir aber sowas von schnüppel. Ach so, so. Kann man hier hoch. Hier kann man stehen. Ich war halt eigentlich so ein geiles Pop-Gefühl. Das ist der Wahnsinn. Ja, wollen wir doch noch Kupuert machen, oder was? Wie, noch komplett? Kupuert. Kupuert. Äh, was willst du mit Kupuert machen? Ja, wollen wir das doch noch machen, oder was? Heute? Ja, morgen, ja klar, heute. Wenn wir die Zeit haben, können wir noch. Dann, dann gleich. Nein. Ja, wir sind nicht so 15 Minuten. Eben. Da haben wir noch Kornik angefangen. Warum? Weil ich hab da ja, wollen, mitmachen. Ja, ich muss Ihnen sagen, ich frage mich nicht, dass Sie sagen, der mitmacht. Ja, es ist so, aber so, ich habe wirklich genug Freunde, die mitmachen würden, die können wir nie. Ja, ich weiß, ich sagte mal, weil es ist dann erschwert. Ja, wie immer. bei, Ich war leider so, ich wollte grad, Ja, weil es bringt, wenn ich mich nicht vorstelle, die nächste Schilderung der Menschen geblüht, dass dein eigentlich doch er redet ein bisschen schlicht Duh-duh V, V, V... Poppasta ach nee ich bin irgendwie gerade so am kämpfen um das ja schön zu bekommen hast du zufällig genommen für kies ich hab gar kein kies oh mein gott ist hier eskalien ja so richtig ich will diese fleisch stehen und es kommt nicht rein die komischen jetzt wieder raus mit rein die es geht nicht ich kann nicht fliegen Außer... Nein! Alter, es wird schon noch dunkel. Warum kann ich da keinen Block haben? Ah. Wettgehen! Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Mhm. Ich muss gleich mal fahren gehen. Echt? Mhm. Ich glaube, ich mach da echt Treppen dran. Du hast einen High-Speed-Treppen. Hm? Ich hab mir High-Speed-Treppen in meine Haus installiert. Achso. So, jetzt hab ich hier einen Treppenauf abstimmiert. Ja, hier wird's geil aussehen, wenn das so bleibt. Hm, 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 hm. Wenn jemand was einfällt, kannst du mal die Kommentare schreiben. Na, 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 na. Hä? Ne, na, 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 na. Ne. Das war in B. Na. Na, 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 na. da bist du denn schon ich bin Gott hast du ein Problem gegen Gott die 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 Schweine Jetzt Jetzt weiß ich was ich noch machen wollte Was denn? Oh, ich hab's vergessen So Und jetzt Jetzt muss ich hier mal kurz Tralali Tralala Alter Nerv 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 Was machst du? Ich hab meine Farm jetzt so gemacht, dass ich rein und raus gehen kann Plus ich hab ein bisschen meine Treppe verschönert Ja Hoffe ich mal, dass er schön aussieht Auf jeden Fall ist es praktischer Und Sonst ist er nichts Ich mach oben jetzt hier ein bisschen Huuu Huuu Lali Alter 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 Alter, Alter. Plopp. Plopp, plopp. Plopp, de plopp. Na du blöde Kuh? Brauchst du Koko-Bohnen? Koko-Bohnen ne. Es gibt keine Koko-Bohnen. Es gibt nur Kaka-Bohnen. Alter. Ich bin der Herrscher der Tiere. Sicherlich. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ein Teil, drei Teil. Jeder bekommt hier. Jeder, jeder, jeder. ok warte so so warum ruckelt hat hier beim büro mit nix und mir eskaliert ich hoffe ich komme mit eskalation klar um hier drüber zu kommen so keine ahnung warum das gerade eskaliert aber keine ahnung jetzt geht's wieder naja doch nicht danke fürs zuschauen und viel spaß noch auf youtube falls ihr die jungen und war es nach auch seit einer wenn sie gut kommen können sind sie den in die kommentare schauen was man bauen kann oder wenn sie gar nicht nur noch ein paar mädchen Prozent Texturen Park oder auch Textur wird es sehr gut Ja, bis dann. Bis später. Tschüss.